Herzlich Willkommen zum Thieme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Übersicht, den Röfo-Podcast. Aktuelle MRT-Diagnostik des Rektumkarzinoms Witek und Kratz stellen in ihrer Übersicht die aktuelle MRT-Diagnostik und ihre Bedeutung für die Evaluation von klinisch relevanten prognostischen Faktoren vor. Das kolorektale Karzinom ist die zweithäufigste Krebsursache sowie zweithäufigste Krebstodesursache. Die Inzidenz von Darmkrebs hat in den letzten drei Jahrzehnten stetig zugenommen. Zur Verbesserung der Prognose haben jedoch Fortschritte in der chirurgischen Therapie als auch der Wechsel von Adjuvanten zur Neo-Adjuvanten-Radiochemotherapie wie auch weitere Entwicklungen in der Diagnostik geführt. Die Neo-Adjuvante-Radio- bzw. Radiochemotherapie zeigt im Vergleich zur postoperativen Anwendung eine niedrigere Lokalrezidivrate, wird besser toleriert und hat eine höhere Patientencompliance. Ein akkurates prätherapeutisches Staging des Rektumkarzinoms ist deshalb essentiell zur Selektion der Patienten, da verschiedene Studien gezeigt haben, dass 18 bis 30 Prozent der behandelten Patienten in der Diagnostik überschätzt und konsekutiv auch übertherapiert werden. Die MRT konnte sich im T-Staging und in der Bestimmung des zirkunferentiellen Resektionsrands, also des Abstands von der Tumormanifestation zur mesorektalen Faszie, als verlässliche Methode gegenüber der Endosonographie etablieren und ist heute State of the Art. Aktuell ist der Bezug des Tumors zur mesorektalen Faszie für die Therapieplanung ein noch bedeutsamerer prognostischer Faktor als das T-Staging, insbesondere für die chirurgische Therapie. Daneben haben die Infiltrationstiefe des Tumors ins perirektale Fettgewebe und die extramurale Gefäßinfiltration einen deutlichen Einfluss auf Therapie und Prognose. Hochauflösende MRT kann den Bezug des Tumors zur mesorektalen Faszie als zirkunferentiellen Resektionsrand für die totale mesorektale Exzision, vor allem für die Tumorlokalisation im oberen und mittleren Drittel, sehr gut darstellen. Die Lymphknotendiagnostik sowie die extramurale Gefäßinfiltration stellen nach wie vor eine große Herausforderung für alle Techniken der Schnittbildgebung dar. Die MRT wird nicht nur zunehmend für das primäre Lokalstaging, sondern auch vermehrt zum Therapiemonitoring unter Neo-Adjuvans angewandt. Die additive diffusionsgewichtete Bildgebung ist eine interessante Option zur Vorhersage des Therapieansprechens. Fazit Die Autoren stellen die aktuelle MRT-Diagnostik und deren Bedeutung vor, die zur Verbesserung von Therapie und Prognose bei Patienten mit Rektumkarzinom führen. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in den letzten Jahren Fortschritte in Diagnostik und Therapie erreicht wurden. Die Einführung der totalen mesorektalen Exzision als auch die präoperative Radiochemotherapie führen zu deutlichen Verbesserungen in Therapie und Prognose für die Patienten.